so halt und ich bin jetzt gleich auf dem weg zu luxus lashes in münchen und mache mir eine wimpern verlängerung beziehungsweise extensions rein das ist das erste mal dass ich das überhaupt mache und deshalb nehme ich euch auch mit und ich bin selber sehr sehr gespannt wie das dann aussehen wird meine erwartungen sind dass sie schwarz sind ich habe ja von natur sehr blonde wimpern und augenbrauen natürlich auch also dass sie dann schwarz sind und aber auch natürlich aussehen das werde ich dir noch sagen ich will nicht dass es so mega künstlich aussieht wie künstlich geklebte wimpern es soll echt aussehen wie getuschte schöne natürliche wimpern mit tollem schwung und super schwärze so ungefähr das sind meine erwartungen ich mache das für die hochzeit in erster linie und für unsere glitter wochen weil ich dann einfach tolle wimpern habe und mich nicht jeden tag schminken muss und das soll so einen monat halten und jetzt kommt aber einfach mal mit und wir schauen uns an wie sie das machen meine wimpern noch einmal vorher ich muss jetzt leider ungeschminkt sein deswegen entschuldigt meine augenringe aber ich denke man kann es gut sehen wie hell sind man kann gut sehen wie schlecht man sie sehen kann sozusagen und ich zeige euch dann nachher natürlich auch das ergebnis danach und jetzt ein paar ausschnitte von der behandlung und ich hoffe jetzt Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.